Ich weiß nicht, ich fürchte, ich stelle Ihnen nur Ihre Zeit. Aber ich bitte Sie, Mr. Fili, im Gegenteil. Sehen Sie, wir sind doch alle drei etwa in der gleichen Lage, das merkt man doch. Finden Sie nicht, dass es sich lohnen würde, noch ein bisschen zu plaudern? Was meinen Sie damit? In der gleichen Lage? Entschuldigen Sie, vielleicht haben Sie missverstanden, aber... Stehen Sie nicht den Begriff, selbst Hand an sich zu legen? Wohin wollen Sie das wissen? Ja, ruhig, mein Freund, kein Grund zur Aufregung. Gottel und ich bleiben denselben entschließt gefasst. Aber das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie wollen sich das Leben nehmen? Uns bleibt kein anderer Ausweg mehr. Also, was meint Sie? So ein abgewacktes Trio wie wir sollte da eigentlich zusammenhalten, solange das nicht möglich ist. Sie haben wirklich vor, Selbstmord zu begehen? Dazu gehört ein sehr starker Wille. Sind Sie sich darüber im Klaren? Vollkommen. Wenn ich wüsste, ob es Ihnen wirklich ernst ist. Was wäre dann? Ich kenne einen Weg. Eine Möglichkeit. Ja? Haben Sie schon einmal etwas vom schwarzen Kupf geholt? Das war die Kupf geholt. So ein Liebherr sperrät. Eine cônginante.